So, schlecht berichtet, besser berichtet. Ich habe dann nochmal einen Satz gemacht zum Verbal-Sophie-Zmu. Diesmal in einer Bedeutung, die sich wieder nicht so toll übersetzen lässt, aber hier auch relativ häufig vorkommt. Ich habe einen relativ kurzen Beispielsatz ausgewählt. Das ist ausnahmsweise mal kein Gedicht. Das nächste wird wieder ein Gedicht sein. Ich warne euch schon mal vor. Aber das hier ist ein Satz aus dem Rosatext. Und zwar kommt es aus dem Konjaku Monogatari. Entsprechend haben wir hier auch überall Katakana dazwischen, wie das für das Konjaku Monogatari üblich ist. Es ist aus dem 15. Kapitel oder der 15. Rolle die dritte Geschichte, glaube ich. Es ist eine Geschichte über einen Mönch, der kurz davor ist zu sterben und so weiter und so fort. Und also hier irgendwo in einer wörtlichen Rede sagt er dann mal Mata-ware-i-no-chi-oara-mu-go-chi-kasu. Da haben wir das Mu hier an dieser Stelle. Und O-war-ru ist ein Yodandos, hier ein vierstufiges Verb. Entsprechend ist die Misenke durch eine Silbe mit A gekennzeichnet. Und daran hängt das Nu. Der Satz ist eigentlich sehr einfach. Wir haben hier ein Adjektiv, ein Keosi als Verb des Satzes. Und ansonsten ganz normal, ganz einfach strukturiert. Das Nu haben wir an dieser Stelle. Es macht da das, was sich halt relativ für schwierig umschreiben lässt. Es ist halt Attributiv und macht so eine Umschreibung oder so eine Euphemisierung. Das passt ja hier so im Zusammenhang mit dem Sterben ganz gut. Ich lese den Satz. Ich habe den Satz gerade schon vorgelesen. Was haben wir denn da? Die Zeit und dann O-war-mu. Die Zeit, wo endet. Vare-i-no-chi. Mein Leben. Außerdem darüber hinaus ist der Zeitpunkt, da mein Leben endet. Kann man im Deutschen einfach so runter übersetzen, wenn hier nur O-war-mu stünde, hätte man es genauso übersetzt, aber nur mal so zu Demonstrationszwecken. Wenn man irgendwas so ein bisschen beschönigender ausdrücken möchte, dann setzt man hier noch ein Nu hin, um dieses Enkyoku, die euphemisierende Umschreibung usw. auszudrücken. Lässt sich doof ins Deutsche übertragen, kommt aber häufig vor, darum, aus Prinzip muss das auf jeden Fall mal vorgestellt werden. Ich glaube, ansonsten gibt es hier großartig aber nichts zu sagen. Es gibt kein Kakarimutsu, wie das Tsikashi am Satzende steht, ganz normal in der Susike. Okay, wird halt verbal gebraucht, also nahe sein und was ist nahe, der Zeitpunkt oder die Zeit ist nahe, wo dann das passiert, was halt vorne in diesem Attributiv-Konstrukt steht. Ja, darüber hinaus gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Dann aufzumessen.